Es ist Sonntag, das heißt wir müssen unbedingt nochmal auf die kleinen und auf die großen Timeframes zu sprechen kommen. Das macht Liam gleich mit euch. Vorher wird sich Timo nochmal mit euch anschauen, wie es jetzt aktuell mit der abgeschlossenen Woche bei den Bitcoin-Spotty-TFs aussieht. Wir werden sonst nochmal darüber sprechen, warum die Exchange Balance jetzt so niedrig ist und was das auch zukünftig mit dem Preis machen könnte. Und wie die Short-Term-Holder-Cospaces aktuell aussieht. All das schauen wir uns gleich an. Wenn euch das Ganze gefällt, lasst doch gerne mal ein Like auf dieses Video da oder schreibt einen Kommentar für den YouTube-Algorithmus. Und wenn ihr neu seid, dann natürlich gerne den Kanalabonnieren und die Glocke aktivieren. Dann seid ihr wie gesagt jeden Tag up to date, was im Crypto-Space so los ist. Und jetzt würde ich sagen, starten wir auch sofort rein. Das mit Abstand höchste Volumen haben wir jetzt in dieser Woche bei den Bitcoin-Spot-ETFs gesehen. Dementsprechend auch die unglaublich großen Kursgewinne beim Bitcoin. Was jetzt natürlich sehr interessant ist für uns, wenn wir das Ganze einmal in der Wochensicht vergleichen. Insgesamt 22 Milliarden. Damit liegen wir fast, ja nicht fast, damit liegen wir doppelt so weit vor der vorletzten Woche. Wenn wir uns das Ganze einmal im zeitlichen Verlauf anschauen, wo es knapp unter 10 Milliarden US-Dollar waren. Für mich ein wirklich unglaublich bullisches Zeichen, auch sehr schön zu erkennen. Natürlich alleine fast der BlackRock-Ibid-ETF hat hier die 10 Milliarden an Volumen gemacht. Und das zeigt natürlich, wie interessant gerade jetzt zum aktuellen Zeitpunkt die Spot-ETFs für den Retail-Investor beziehungsweise auch gerade für den traditionellen Finanzsektor geworden sind. Was sich natürlich auch langfristig gesehen positiv auf den Bitcoin-Kurs auswirken wird. Was für mich auch noch ganz, ganz wichtig ist, was wir aktuell sehen. Die Balance auf Exchanges fällt weiterhin ab. Ein neues 6-Jahres-Low, was wir jetzt mit 2,28 Millionen Bitcoins erreicht haben. Für mich ein ganz klares Zeichen, das Vertrauen ist gerade nach dem letzten und vorletzten Jahr, das große Exchange-Sterben mit FTX, weiterhin nicht zurückgekommen. Gerade auch sehr, sehr positiv für mich eigentlich, weil solange Self-Custody von möglichst vielen Nutzern betrieben wird, können diese großen Insolvenzen den Kurs nicht besonders drücken. Und generell stützt das natürlich auch einfach nochmal die Grundidee hinter Krypto, dass jeder sein eigenes Geld verwaltet und damit natürlich auch die Exchanges an Macht verlieren. Dezentralität, das ist natürlich gerade bei Bitcoin eine der wichtigsten Ideen und das wird natürlich somit weiter ausgeübt, als dass eine große Entität sehr viele Bitcoins hält. Jetzt einmal zur letzten On-Chain-Data und zwar dem Short-Term-Holder-Cost-Basis-Anstieg, den wir jetzt gesehen haben. Insgesamt in den letzten sieben Tagen ein Anstieg von 8%. Einen solchen großen Anstieg haben wir nicht mehr seit November 2020 gesehen. Wenn wir uns das Ganze einmal hier anschauen, also mit wirklich dem Beginn des letzten Bullenmarktes, wo wir ungefähr um die 20.000 US-Dollar standen. Was bedeutet das? Naja, aktuell, wenn wir uns das hier anschauen, die Short-Term-Holder-Realized-Prices in rosa sind jetzt nochmal so stark angefallen, weil natürlich sehr, sehr viele Short-Term-Holder zum aktuellen Zeitpunkt jetzt gerade nochmal gekauft haben. Dementsprechend steigt dieser Preis nochmal höher an und ist für mich auf jeden Fall ein positives Zeichen, dass eben sehr, sehr viele neue Holder dazukommen. Die FOMO, wie es hier auch in diesem Tweet beschrieben wird, die startet jetzt natürlich nochmal durch. Viele haben Angst, einen möglichen nächsten Bullrun zu verpassen, kaufen vermehrt Bitcoins und damit können wir natürlich davon sprechen, dass das Ganze jetzt weiterhin die Kaufkraft, die wir natürlich auch durch die Bitcoin-Spot-ETFs sehen, hochhält. Das war es jetzt soweit zu den On-Chain-Daten. Ich gebe das Wort weiter einmal an den Chart. Leute, wir starten auch direkt mal rein in ein Update zum Ende der Woche und zwar sehen wir hier die Weekly-Cats momentan einfach extrem bullish. Wir haben hier die größte Weekly-Candle seit enormer Zeit. Ich glaube, es könnte sogar eine der größten jemals gewesen sein. Hier waren mal wieder eine recht große Weekly-Candle und hier aber dementsprechend auf jeden Fall schon seit Monaten. Mal wieder eine richtig starke Weekly-Candle, vor allem mit dem ganzen Run-Up, den wir jetzt natürlich schon durch die letzten Tage bzw. durch die letzten Wochen hatten. Alles in allem sieht es sehr bullish aus und wir können natürlich auch erkennen, dass wir auf dem Day-Chart ja hier noch unsere Bull-Flag haben, die ja unser Target bei 69.000 US-Dollar, also beim alten All-Time-High, sieht und dementsprechend ist es ziemlich wahrscheinlich, dass Bitcoin noch vor dem Haar, wenn das alte All-Time-High, nochmal erreichen wird. Außerdem werden wir heute wahrscheinlich einen sehr positiven Day-Candle-Close sehen, der höher ist als die vorherigen, dementsprechend einen neuen, höheren Day-Candle-Close hier. Wenn wir jetzt nochmal vorgehen auf den Stunden-Chart, können wir auf dem Stunden-Chart auch erkennen, haben wir momentan hier, ich gehe nochmal auf den 1-Stunden-Chart, haben wir momentan hier ein Ascending-Triangle und dieses Ascending-Triangle könnte uns zwar etwas lang gezogen hier, aber könnte uns mit einem Break-Up nach oben auch nochmal zu einem Break-Up-Target von ungefähr 65.700 bis 66.000 US-Dollar bringen und würde dann quasi diesen Run-Up weitermachen. Dementsprechend hatten wir jetzt hier erstmal eine Seitwärtsbewegung, nachdem wir hier ja extrem krass gepumpt sind, eigentlich die ganze Zeit mehr oder weniger ohne Seitwärtsbewegung und dementsprechend könnte ich mir gut vorstellen, dass wenn wir hier nach oben hin ausbrechen, wir im Verlauf der nächsten Woche die 65.000 US-Dollar sehen und vielleicht sogar das All-Time-High, das alte Retesten werden. Das ist ja jetzt alles recht schnell passiert beim Bitcoin-Kurs, wir sind extrem stark gestiegen, wir hatten wieder recht starken Outflow auch letzte Woche, Ende letzter Woche durch Grayscale, aber solange die Inflows passen weiterhin, wird es einfach weiter nach oben gehen und dementsprechend sollten wir auf jeden Fall mal darauf achten, ob wir hier ausbrechen werden und das wird sich dann wahrscheinlich dann heute mit dem Day-Kernel-Close beziehungsweise morgen ergeben. Und in diesem Sinne, Leute, würde ich sagen, war es das auch wie immer mit dem Video. Ich hoffe, euch hat es vielmehr gefallen. Wenn ja, lasst gerne ein Like oder ein Abo im Modder und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns zum Daily-Video morgen wieder. Bis dann, Leute. Ciao.